Auch aus einfachen und billigen Wagen lässt sich mit ein bisschen Aufwand ein kleiner Eyecatcher rausholen. Diese Art von Wagen habe ich wirklich noch nie gealtert, also keine Ahnung, ob das funktioniert. Let's see! I did abartig kreativen... äh, nee, warte, falscher Kanal. Moin Leute! Wie ich die Holzoberfläche in diesem Wagen hier gemacht habe, habt ihr ja schon in einem anderen Video gesehen. Jetzt geht es um den Rest von diesem wunderschönen Stück Billigplastik. Also wirklich ganz im Ernst, so wie die Wagen jetzt aussehen, kann man die nicht mal im Ansatz ernst nehmen. Aber ich versuche jetzt mal irgendwie etwas hier draus zu machen. Schaut man sich Originalbilder dieser Wagengattung an, wird man merken, dass auch die Proportionen von diesem Märklin-Modell hier überhaupt nicht stimmen. Normalerweise müssten sie ein Stückchen länger sein und... Es sind halt Billigwagen, aber mit ein bisschen Farbe und etwas Übung, beziehungsweise Schweiß und Tränen, kann man auch aus diesen Billigdingern etwas machen, was sich wirklich auf der Anlage sehen lässt. Wie bei jeder Alterung gilt es jetzt erstmal, dieses Ding komplett zu zerlegen. Auseinandergeprökelt sieht das Ding dann so aus und wie ihr seht, aus wirklich vielen Teilen besteht er nicht. Radsätze kommen erstmal beiseite, das ist mit das Letzte, worum wir uns kümmern. Die Gewichtsflatte, ja da machen wir eigentlich gar nichts dran, also die kann weg. Um das Fahrwerk kümmern wir uns später, was bleibt ist der Oberbau. Glücklicherweise hat der Wagen zumindest so ein paar Details wie diese Metallbeschlagteile hier, aber alles in allem ist er doch ziemlich langweilig zum Ansehen, von daher müssen wir damit ein paar Farben und Techniken tricksen, damit es wirklich interessant wird. Ansonsten sind das nämlich Wagen, die man sehr schnell auf der Anlage übersieht, beziehungsweise überhaupt nicht beachtet. Das Erste, was wir jetzt tun, wir schnappen uns unser gutes altes Colorstop und werden hier die Bretter, die die Beschriftungen haben, beziehungsweise auch hier in der Mitte, hier und da Bretter komplett mit Colorstop abdecken, um diese dann später als ersetzte, beziehungsweise neu bepinselte Bretter darzustellen. Des Weiteren machen wir das, damit die Beschriftungen nicht komplett verloren gehen. Warum, seht ihr gleich. Das Colorstop ist drauf, wie ihr seht, ich habe die beschriften Bilder komplett abgedeckt und dann hier und da in unregelmäßigen Abständen verschiedene Bretter noch zusätzlich abgedeckt, um ein bisschen Variationen in den verschiedenen Brettern reinzubekommen. Meine Fresse, ist das eine schwere Geburt heute. Man könnte jetzt ganz gemütlich darauf warten, bis das Colorstop fertig getrocknet ist. So viel Zeit habe ich aber nicht, deswegen legen wir das jetzt erstmal beiseite und fangen mit dem Fahrwerk an. Ich habe damals schon in meinem ersten Lackier- bzw. Modell-Tuning-Versuchen hier einige Sachen bemalt, das werde ich jetzt vernünftig und zu Ende führen, da fehlt nämlich noch die Hälfte. Ist das soweit fertig, dann können wir uns daran begeben, das Fahrwerk zu altern und komplett fertig zu machen, dass wir später nur noch den Oberbau aufsetzen müssen und wir sind durch. Soweit so gut, ich habe jetzt meine Versuche von damals so einigermaßen komplettiert. Für die Nietenzähler, ich weiß, es ist nicht hundertprozentig originalgetreu, aber für dieses Billig-Modell reicht mir das so. Im ersten Schritt für die Alterung von diesem Fahrgestell nehmen wir jetzt German Black Brown von Valeo. Die Nummer könnt ihr ja hier oben sehen. Und damit nebeln wir jetzt das ganze Fahrgestell leicht ein, um einen leicht bräunlich-röstlichen, röstlichen, geröstet, oh, Mandeln, um einen leicht angerosteten Braunton zu erzeugen. Bitte nicht wundern, wenn dieser Farbschritt jetzt noch nicht den absoluten Wow-Effekt gibt. Das ist die erste Lage und darauf wird sich jetzt alles andere aufbauen. Jetzt geht es an die Pulverfarben und im Gegensatz zu den letzten paar Alterungen verwende ich mittlerweile das Pulversystem von Valeo. Diese Pigmente sind ja nicht ganz so ergiebig, also man braucht schon deutlich mehr von denen, um einen ähnlichen Effekt zu erzielen, aber sie haben eine sehr große Vielfalt an Farben, die man auch gut untereinander mischen kann und damit kriegt man eigentlich so ziemlich jeden Effekt hin. Die erste Farbe, die ich jetzt verwende, seht ihr hier, ist Burnt Amber. Die wird jetzt komplett gleichmäßig über das Fahrgestell aufgetragen. Was ihr bei Valeo-Pigmenten beachten müsst, ist, dass die Farben extrem nachlassen, wenn diese mit Klarlack versiegelt werden. Also ihr könnt die Effekte ruhig etwas extremer gestalten. Durch den Klarlack wird alles etwas abgeschwächt und die Farben verschwimmen miteinander ein wenig. Die Pigmente sind drauf und ich habe sie direkt mit einer dünnen Schicht mattem Klarlack versiegelt und das empfehle ich euch auch, wenn ihr die Valeo-Produkte benutzt, zwischen jeder Farbschicht immer einmal kurz mit Klarlack versiegeln, damit ihr das Endergebnis seht und dann, je nachdem, ob es noch mehr oder weniger sein soll, die ganze Sache noch etwas nachmanipulieren könnt. Und auch, damit ihr beim Anfassen des Modells die Pulverfarben nicht wieder verwischt und euch das komplette Ergebnis versaut, ist mir bei den ersten paar Malen, wo ich diese Pigmente benutzt habe, auch passiert. Muss nicht sein. Für die Bremsen, die Blattfeder und deren Halter verwenden wir jetzt die Pulverfarbe Dark Red Org... Org... Was? Die hier. Keine Ahnung, wie man das ausspricht, die Scheiße. Diese wird jetzt sehr sparsam auf die Blattfedern und deren Halter aufgetragen, einfach nur, um eine kleine farbliche Differenz zu dem Rest des Farbwerks zu erhalten. Hierbei sollte mit dem Pulver nicht übertrieben werden, also am besten immer einfach ein wenig auftragen, mit dem Klarlack versiegeln und das Ergebnis überprüfen und das macht ihr so lange, bis ihr zufrieden seid. Nachdem auch das soweit abgehakt ist, kommen wir jetzt zur Pulverfarbe Schwarz. In diesem Falle ist das Black Carbon. Das ist das schwarzeste Schwarz, was Valeo hat. Ja, es gibt auch nicht schwarzes Schwarz, das ist dann mehr so ein dunkles Grau, aber ist ja auch egal. Mit diesem Schwarz werden wir jetzt so einen dreckig schmierigen Belag hier um die Radlager bilden. Das Problem bei den Valeo Farben, sie haften bei sowas hier nicht besonders gut. Da gibt es einen kleinen Trick. Ihr nehmt euch den matten Klarlack, sprüht hier eine sehr dünne Schicht matten Klarlack drauf und solange der Lack noch leicht feucht ist, also so ein bisschen klebrig, tragen wir die Pigmente hier um das Radlager auf. Die bleiben in dem Klarlack haften und bilden so eine richtig schön dicke Dreckschicht hier vorne. Ihr seht, das Radlager glänzt noch leicht. Der Klarlack ist jetzt drauf und jetzt tragen wir hier die Pigmente in einer relativ dicken Wulst einmal hier um das Radlager auf. Die restlichen Pigmente können durch Pusten entfernt werden. Und wie ihr seht, sie haften richtig schön an dem Klarlack und bilden einen richtig schönen dicken Dreckschlier um das Radlager herum. Im direkten Vergleich wird es deutlich, was für einen Effekt das hat. Auch diese Technik verwenden wir jetzt einmal ringsherum bei allen vier Radlagern und dann geht es weiter. Im nächsten Schritt kümmern wir uns mal ein bisschen um die Pufferbohle. Dafür schnappe ich mir ein Natural Amber und trage es hier an der Kante der Bodenplatte jedes Puffers auf. Das stellt abgelagerten Staub dar, der durch die Verwirbelung beim Fahren sich in diesen Ecken hier absetzt. Nach der Versiegelung mit Klarlack erkennt ihr, dass es nur noch ein ganz leichter Effekt ist. Die Puffer wirken so natürlich noch ein bisschen langweilig und die Gestaltung der Puffer ist eine Sache, an der ich auch lange, lange experimentieren musste, bis ich eine Technik gefunden habe, wie man es einigermaßen hübsch und realistisch dargestellt bekommt. Das Geheimnis für perfekt gestaltete Puffer liegt in dieser schwarz-schmierigen Mumpe hier. Diese besteht nämlich aus mattem Klarlack und den gerade von uns verwendeten schwarzen Pigmenten. Diese werden zu seiner richtig schönen, matschig-schwarzen Brühe angemischt, die eine relativ zähe und klumpige Konsistenz haben muss. Und damit werden wir jetzt eine richtig schöne, dicke Fettschicht auf die Puffer auftragen. Wir nehmen uns einfach etwas von unserer schwarzen Mumpe und klatschen das in die Mitte des Puffers. Jetzt schnappen wir uns so einen Make-up-Schwamm, die sind relativ fein, und vertupfen diese schwarze Mumpe in der Mitte des Puffers, sodass wir einen schönen, gleichmäßigen, rauen, schmierigen Belag bekommen. Haben wir das bei beiden Puffern gemacht, sollte das in etwa so aussehen, und dieses Ergebnis lassen wir jetzt erstmal mit Ruhe trocknen. Ist die Sache jetzt getrocknet und wir haben so einen richtig schönen, dicken Fettbelag auf den Puffern drauf, schnappen wir uns jetzt nochmal glänzenden Klarlack und malen in der Mitte noch einen Bereich an, wo relativ neues Fett aufgetragen wurde, beziehungsweise durch den Kontakt mit anderen Puffern die ganze Sache noch ein bisschen glänzt. Im selben Zug können wir auch direkt die Pufferhälse mit glänzendem Klarlack versehen. Das ist so die Technik, die ich für mich herausgefunden habe, wie man relativ gut aussehende und schmierig verdreckte Puffer machen kann. Wie gesagt, ich experimentiere noch ein bisschen mit dem Mischungsverhältnis der Mumpe und mit der Art, wie man das am besten aufbringt, aber so im Großen und Ganzen bin ich mit dem Ergebnis eigentlich recht zufrieden. Das Fahrgestell ist jetzt auch soweit fertig, jetzt können wir mit dem Oberbau weitermachen. Das Color Stop ist jetzt vollständig getrocknet und den Effekt, den ich jetzt erzielen möchte, ist, dass die Bretter ähnlich verwittert und kaputt aussehen, wie hier auf der Innenseite. Dafür werde ich den kompletten Wagen jetzt erstmal wieder mit der Nummer 131 Concrete von Revell einsprühen. Ach, Revell sag ich schon, war Leo. Äh, ich bin Revell-Farben gewöhnt, ihr merkt das. Hierbei drauf achten, dass ich jetzt immer wirklich nur die Außenwände einsprühe, also nicht hier drin wieder alles voll sprühe und mir dann den Effekt versaue. Da muss man jetzt etwas aufpassen, weil ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, das alles wieder abzukleben, aber es wird auch so funktionieren. So, das hat schon mal geklappt und zu Recht wird sich jetzt der eine oder andere von euch fragen, was zum Teufel ich hier tue. Das werdet ihr gleich sehen. Ich popel jetzt erstmal das Color Stop ab und dann geht's weiter. Jetzt, wo das Color Stop abgerissen ist, sieht der Wagen endgültig beschissen aus. Ist aber kein Problem, das wird sich jetzt ändern. Ich werde nämlich jetzt alle Bretter hier in der Mitte, die mit Concrete vorgrundiert werden, in derselben Weise behandeln, wie ich es hier bei dem Wagenboden gemacht habe. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ein Link dazu ist in der Beschreibung. Das werde ich jetzt machen. Ich werde es euch jetzt nicht zeigen, damit das Video nicht allzu lange wird. Wir machen jetzt einen kurzen Break hier und wenn ich die alle fertig lackiert habe, geht's weiter. 20 Minuten später sind die Holzeffekte jetzt komplett dran. Und ich weiß, was ihr jetzt denkt, im Gegensatz zu dieser schönen Oberfläche hier hin, sehen diese kleinen Bretter jetzt ein bisschen aus wie, ich nenne es mal, Darmentleerung durch den Nordausgang. Aber das ist gar nicht mal so schlimm, weil von dieser Holzoberfläche später nicht mehr so viel zu sehen sein wird, wie hier drin. Wenn ihr wissen wollt, was ich genau damit jetzt meine, zu dem Punkt kommen wir nämlich jetzt. Wenn ihr das nicht wissen wollt, frage ich mich, warum ihr das guckt. Warum guckt ihr zu? Findet ihr das lustig oder so? Na, das kann es nicht sein. Ich habe mir jetzt hier in meiner Pralinenverpackung ein Rot angemischt, beziehungsweise es ist ein Rot-Braun, was der Originalfarbe des Wagens so einigermaßen entspricht. Ihr könnt das auf der Unterseite des Wagens relativ schön ausprobieren, solange bis ihr den passenden Farbton gefunden habt. Diesen Farbton hier habe ich zusammengemischt aus folgenden Tönen. Zum einen Vallejo German Red Brown, das war die Basisfarbe. Und die habe ich in ungefähr 20% aufgehellt mit Maragoni Braun, ebenfalls von Vallejo. Warum ich diese Flächen nun in Holzoptik bemalt habe, der Grund dafür relativ einfach. Ich möchte eine Optik erzeugen, dass an diesen Brettern hier der Originallack schon richtig abgeblättert ist und von unten das pure Holz durchkommt. Ich habe mir jetzt den Außenfarbenton hier zusammengemischt und werde jetzt mit einem sehr dünnen Pinsel hier die letzten Farbfetzen aufmalen, die noch an den Brettern haften. Quasi die letzten Reste, die noch hängen geblieben sind. Und ansonsten kommt bei den Brettern hier die pure Holzoptik durch. Diese Fetzen kann man in ganz unregelmäßigen Stellen auftragen. Man kann hier in den Ecken, man kann die Kanten abgeblättert lassen und in der Mitte des Brettes mehr Farbe übrig lassen. Das bleibt jedem selbst überlassen, je nachdem wie es einem gefällt beziehungsweise wie vergammelt der Wagen aussehen soll. Ich werde jetzt selber ein bisschen rumexperimentieren, bis ich das Maß gefunden habe, wo ich sage, dass es mir gefällt. An der Stelle kann ich jetzt einfach mal einen Zeitraffer einblenden, damit ihr sehen könnt, in welchen Mustern, beziehungsweise eben nicht Mustern, sondern zufälligen Flecken ich diese Farbe hier auftrage. Das war's für heute. Die Farbe auf den Bereichen, wo wir vorher das Holz bemalt haben, wirkt nun relativ alt, abgeplatzt und verwittert. Wichtig hierbei ist, dass ihr auch Bretter habt, die mehr Farbe beinhalten, welche die weniger haben, sodass der Gesamtlook des Modells deutlich interessanter wird. Das sieht jetzt nach einem sehr fizzeligen Job aus, aber mit guter Musik und einem bequemen Stuhl lässt sich das einigermaßen gut ertragen. Gerade solche Arbeiten finde ich immer relativ entspannt, tatsächlich. Ich weiß auch nicht, was für einen Schaden ich im Hirn habe, aber ich mache es wirklich gerne. Das Letzte, was die Optik jetzt noch extrem stört, sind die konkretfarbenen Beschlagteile. Die werden wir jetzt auch noch bemalen. Und wie für Beschlagteile an Güterwagen üblich, kommt hier wieder Vallejo German Black Brown zum Einsatz. In diesem Fall bemale ich aber nicht nur die Beschlagteile, sondern auch die Oberkante des Wagens und einige Teile der Innenseite, um hier noch einige Farbflicken und Ausbesserungen darzustellen, damit die Innenwände hier nicht so langweilig und trist wirken. Und auch hier heißt wieder die Devise, gute Musik, bequemer Stuhl und einfach entspannt pinseln. Einige Minuten später sind alle Beschlagteile bemalt und ich denke, jetzt wird auch dem Letzten klar, wohin die Reise gehen wird. Die Details springen jetzt viel mehr ins Auge und alles in allem wirkt das Modell dreidimensionaler. Die Farben sind jetzt natürlich noch alle etwas knallig und der Wagen wirkt immer noch relativ steril. Von daher werde ich jetzt über die kompletten Seitenwände ein etwas verdünntes schwarzes Washing auftragen, um die einzelnen Bretter bzw. die Fugen und Details noch ein bisschen mehr herauszuheben und um mal eine gute Basis zu bringen, um dann mit den Pulverfarben weiterzumachen. Aufgetragen wird das Washing mit... Ah, Alter, meine Finger! Ich sehe furchtbar aus. Aufgetragen wird das Washing wieder mit einem dünnen Pinsel und hierbei nicht erschrecken, wenn es am Anfang etwas zu krass aussieht. Man kann es relativ gut und gleichmäßig hin und her schieben, bis man mit dem Ergebnis zufrieden ist. Des Weiteren wird der Effekt definitiv noch abgemildert, wenn es anfängt zu trocknen. Auch an den Beschlagteilen setzt es sich schön in den Ecken ab und bildet eine gute Basis, um später mit den Pulverfarben weiterzumachen. Nachdem auch das jetzt vollständig getrocknet ist, wird es Zeit für die Pulverfarben. Denn einige Dinge passen jetzt optisch noch nicht ganz zusammen. Die Beschlagteile stechen ein bisschen zu sehr ins Auge und die von uns vorher abgeklebten Bretter setzen sich doch ziemlich arg von den leicht angefressenen bzw. schon ziemlich arg kaputten Brettern ab. All das werden wir jetzt mit verschiedenen Pulverfarben ineinander blenden, sodass das Gesamtbild hinterher stimmig wirkt. Ich hoffe, man versteht das. Ich bin echt schlecht in Erklären. Mit Burnt Amber, dieselbe Pulverfarbe, die wir schon vorher benutzt haben, gehe ich nun ganz vorsichtig über alle Bretter, die nicht gealtert bzw. bearbeitet wurden. Dadurch bekommen diese so einen leicht dreckig-staubigen Überzug, was die Schriften etwas abdämpft, dass sie sie also nicht mehr so extrem herausstechen und sie passen sich Stück für Stück auch ins allgemeine Bild des Wagens besser ein. Wie gesagt, auch hier wieder anzumerken, der Effekt ist jetzt relativ extrem. Kommt gleich der Klarlack drüber, wird er etwas schwächer werden. Auch können wir ganz vorsichtig über die bereits gealterten Bretter drüber gehen, damit diese sich in der Farbe noch etwas anpassen und dann zu den anderen Brettern besser zusammengehören. Zusammengehören, zusammenpassen, Deutschkurs für Anfänger, ich brauche ihn ganz dringend. So fängt der Wagen langsam an, zu einem stimmigen Gesamtbild zu werden. Auch die Innenseite der Bordwand bekommt jetzt erst einmal eine relativ heftige Schicht von Burnt Amber. Hierbei immer schön fleckig arbeiten, um keine Muster oder Streben einzuarbeiten. Anschließend kommen noch mit einem etwas heftigen Rostton, in diesem Fall Burnt Sienna, einige etwas kräftigere Rostschlieren. Diese können hier und da eingebracht werden. Vor allem ist darauf zu achten, dass man von oben nach unten bzw. unten nach oben arbeitet, damit diese aussehen wie kleine Kratzer oder Beschädigungen, die beim Ein- und Ausladen entstanden sind. Im nächsten Schritt kommt Schwarz zum Einsatz. Damit gehen wir jetzt einmal der Kanten entlang, um so ein bisschen abgelagerten Dreck zu simulieren oder darzustellen. Je nachdem, wie man es sagen will, keine Ahnung. Und auch einige Flecken mitten auf den Brettern darzustellen, wo mal vielleicht irgendwas ausgelaufen ist oder wo dreckige Beladung drauf war etc. Und hier hat man jetzt den Riesenvorteil von Valeo-Pulverfarben erkennt. Sie haften zwar nicht so schön, aber dafür kann man sie relativ gut noch manipulieren nach dem Auftragen und den Dreck quasi so in die Richtung schieben, wie man ihn haben will, sodass man jetzt hier eine richtig schön dreckige und benutzte Ladefläche erzielen kann. Da dieser Wagen hier nicht mehr aktiv genutzt werden soll, sondern nur noch als Gelegenheitswagen quasi im BW rumsteht und daher schon mal ein bisschen anfängt zu gammeln, nehme ich mir jetzt noch eine grüne Pulverfarbe und werde damit noch einige Highlights setzen, weil er hier und da schon mal vielleicht ein bisschen Moos angesetzt hat oder weiß ich nicht, einfach ein paar Monate auf dem Abschnitt, als es umgegammelt hat. Hierbei ist jetzt aber wirklich darauf zu achten, dass man es nicht übertreibt und nur ganz gezielt an kleineren Stellen arbeitet. Dort, wo sich eben halt hier und da mit der Zeit ein bisschen Moos absetzen könnte. Tastet euch mit solchen Effekten immer vorsichtig heran, solange bis ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid. Auch die ein oder andere Holzbohle auf der Beladefläche erhält so einen kleinen grünlichen Stich, einfach weil sich hier natürlich auch schnell Moos absetzt. Und somit wäre auch der Oberbau fertig gealtert, das bedeutet, das Modell kann zusammengesetzt werden. Die Radsätze altere ich wie gehabt, ich denke, das muss ich euch nicht zeigen, das ist eigentlich immer derselbe Prozess und somit ist das Modell fertig. Und mit den Bildern des fertig zusammengesteckten Modells sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich denke, das zeigt mal wieder eindeutig, dass selbst in den billigsten Billigmodellen mit ein bisschen Farbe und ein wenig Herzblut doch schon viel rauszuholen ist. Wenn man sich die Bilder dieses Wagens anschaut, meint man nicht zu glauben, dass das ein Modell ist, das man für unter 10 Euro erwerben kann. Das Video war sehr spontan, ich hoffe, ich habe es trotzdem einigermaßen vernünftig erklärt. Wie gesagt, eigentlich kann ich das nicht, warum ich einen YouTube-Kanal mache, wo ich dann Dinge erkläre. Ach, keine Ahnung. Mal schauen, was an Projekten so noch die nächste Zeit bringen wird. Also ich habe noch viele Sachen, die ich euch zeigen will, die ich ausprobieren will, die vielleicht richtig in die Hose gehen, die vielleicht richtig gut werden, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das wird die Zeit einfach zeigen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.